Wir haben heute Scribble gespielt. Wenn ihr das Game nicht kennt, einer muss zeichnen, die anderen erraten. Wir brauchen ne kurze Pause von unserem PrimeLeague-Training, denn wir werden am Sonntag in der PrimeLeague spielen. Schaltet auf jeden Fall ein, um nichts zu verpassen. Okay, ich seh aus wie ein LOL, quasi. Ich seh aus wie... Oh nein, nicht Werbung. Okay, Werbung war immer noch nicht da. Okay, dann bis. Leute, Leute, trust. Das war's. Alle deutschen Wörter. Oh nein, das wird größer. Wieso habt ihr eigentlich alle drei... Also außer Miao und ich, wir haben... Ihr habt alle den selben Mund. Der Mund ist ein Wenger. Was ist das? Amoogos. Amoogos. Nein. Warte selber. Ein Leak-Wort, by the way. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Minion ist doch nicht Deutsch, Junge. Ich weiß nicht, dass ich nicht begraben muss man sagen. Oh shit, hä? Jetzt hört nicht mehr auf. Was ist das? Was ist das? Hm. Digga. Streikt das Hütchen oder was? Kannst du Witze? Dann machst du keinen Schlamel. Nein. Vielleicht können wir es auch einfach ausmalen können... Äh, ausfüllen können, aber... Wenn wir mal einen Test spannend machen, ne? So ein Ding. Nein, nein, nein. Ich hab mir erst ein Rassist gedacht. Rassist, was ist das gleiche? Ja, doch. Das stimmt. Das ist echt. Alter, was zum Fick. Okay, kriegen wir hin. Neun. Und dann nehmen wir an. Digga, was? Was? Nicht mal gemacht. Kann man das einfach so gessen, oder? Nein, kann man nicht. Ich dachte mir auch nichts. Ja, viel Spaß, wenn wir raten. Easy. Also, warum schreibt man das auf? Hammerhai. Hä? Wie kam es auf Hammerhai? Frag mich nicht, Digga. Neun Wörter lang? Unter Wasser? Hammerhai. Neun Wörter lang? Wo ist das Hammerhai, gell? Warum hab ich so so orange rum? Egal, ich bleib jetzt davon. Jetzt muss ich an Karotte denken. Der ist ja doch schon funktig, weiß ich nicht. Ja, ja. Oder so. Jetzt. Hey, Pasto! Hast du mich so sehr, Alter? Ich hab mich fisch. Gerakfe. 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 Ja, Digga. Aber das ist doch nicht ein Wort. Du musst aus der Box denken. Moment. Äh. Das ist aber in der Box. Ach, Digga. Grettet. So, Brettspiel. Schade ist damit. Das sieht einfach aus wie ein Lebkuchen, Digga. Was war's? Brettspiel? Habe ich Spielbretter gebraucht, Digga. Wirklich? Willst du mich ficken? Bohnen los. Auto. Auto. Auto immer noch. Ist immer noch ein Auto. Neu. Ah, verschrieben, Digga. Ach, Mann. Hm. Darf ich mal schreiben? Es tut mir leid. Ich will, ich will. Ich will nur, dass ihr drauf kommt. Ach, ne. Was? Digga, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du. Basta. Du. Basta. Ist ein Tier. Ist ein Tier. Ist ein Tier. Ein Tier? Wie nennt man Fioros? Wie? Harry. Harry. Aua. Ist so ein Wund. Ehrlich. Ich hab Harry verstanden. Nicht Perry, Alter. Harry, das glaube ich. Harry, das glaube ich. Tut mir leid. Ich bring die Joke so oft, weißt du, mit Perry, der Schnabel hier. Ja, und immer bei mir, weil ich auf der Topland von der Molestet werde. Ich hab ein originales A auf das hast du vorgesucht. Egal, ich hab Beret geschrieben, Junge. Mein Löwe, mein Beret. So, ist fertig. Mein Löw, mein... Also, ich dachte, das wäre einfach ne weiße Wand. Dann mach ich so, dann mach ich so. Dann mach ich so. Dann mach ich so. Dann mach ich so. Kann ich das denken? Aber... So. Keines Haus, keines Haus. Punkt. Ach, Mann. Ihr wisst... Ihr wisst... Ne. Es ist halt nicht schwarz. Es ist halt weiß, genau. Der Walz im Schwarzen. Oder mal Obama ins Haus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist gerade oben los, oder? Oba! Aber ja! Oba! Weißt du! Aber komm, wir machen mal mit ihm so'n schönes. So, das hier. Digga, kann das nicht so... Ja, Digga, das ist voll... Scuffed, Junge. Mein Loil-Sketch war das nicht so. Scheiß Hashtag neben dem Enter, ey. Kotzen. Wie heißt denn das von Spongebob-Fanwender? Krabbelpizza. 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 Das ist auch das gute Showbiken, Junge. Ah. Hä? Ah, Leute, das ist kein Pokeball. Das ist auch das gute Showbiken. Lol. Also zwei Wetter fehlen und ich weiß es immer noch nicht. Ein Pedal! Ich fahr' nur Automatik, das ist Ihnen egal. Ey, ist das noch eindeutig? Digga, damit kann man sich ja schießen. Ja, das stimmt. Irgendwie... Ja, ich weiß es. Die sind halt so kleine... Die sind so kleine Nobsies dran. Muddi. Kondome? Kondome. Was? Was? Ja, ich hab das hier problemige Fegel gerade. Jesus, Klaus. Ja, keine Ahnung. Oh ja. Oh. Oh mein Gott, ich bin so cool. Ach so. Ach scheiße, Digga. Digga, das ist so kacke. Ja, wahrscheinlich, Alter. Ja, kein Schwier. Ja, naja. Ja, ein Schwierer. Mach's mal an! Nichts Inferno Tor. Ja, Entschuldigung, Mais. Kenne Minion. Nagel-Gerster. Schmerzer, Digga, was? Wir kennen Minion. Ich gib euch Kenminion, Alter. Wir kennen Minion. Wie weißt du, z.B. Schwierst, Alter. Wie redet da hier irgendwas? Kani, das ist das deutsche Worte, was du kennst. Das ist so gut gemacht! Ich kenn mich schon aus deutscher Wort heute dieses Burden Oh, mein Gott! Niiiinninnnnn Die deutsche Rechtschreibung sagt erstmal Fisch-Tisch-Baum Ist das ja so weit weg, Alter? Noch mal einen Baum Alle Baumarten durchgehen Eiche Busche, wie er alles in Minecraft Schwarze... Wald... Eichen... Schwarz-Eichen-Wald Ey, der schießt einen Baum an, Junge Was? Schwimmst du hier? Okay. Kein Jäger. Ah, okay. Ja, ja. Lust. Baumleger. Was ist das jetzt? Ist das der Mond? Entschuldige Idee. Was soll das nachstellen? Ja, lol. Komm Samen, wir enden es. Wie machen wir das? Machen wir einfach den hier? Eindeutig. Bein rechts. Ist das wirklich Amazon? Hast du recht? Same Day Delivery. Passt gut rein. Die Sache ist, ich wusste nicht, ich will mal einen Typ mit einer Glacze zeichnen. Ich kann einfach an mir entsprechen. Egal. Deswegen ja, weißt du. Chef Prezos. Prezos? Ja. Im Christ, der Jeff Prezos. Im Christ, der Jeff Prezos. Ja. vouszen, Serge. Da.